Lili Palmer, Geb. Lili Marie Peyser, war eine deutsche Schauspielerin, Autorin und Malerin mit britischer und Schweizer Staatsbürgerschaft. Leben, Familie und Jugend geboren wurde Lili Palmer als Lili Marie Peyser in der damaligen preußischen Provinzhauptstadt Posen. Ihre Eltern waren Alfred Peyser und Rose Lissmann. Der Vater war Chefarzt im jüdischen Krankenhaus in Berlin, die Mutter war Theaterschauspielerin und gab bereits nach der Verlobung ihren Beruf auf. Lili hatte noch eine ältere Schwester, die Schauspielerin und Sängerin Irene Prador, und eine jüngere, Hilde Ross, die Tänzerin war. Als Lili Palmer vier Jahre alt war, zog die Familie nach Berlin-Westend. An dem Haus, in dem sie damals wohnte, befindet sich heute eine Gedenktafel. Gegen den Wunsch ihres Vaters strebte Palmer schon als Schülerin an, Schauspielerin zu werden. Sie ging morgens aufs Gymnasium und am Nachmittag zur Schauspielschule, sie bestand beide. Schauspielunterricht hatte sie bei Ilka Grüning und Lucy Höflich in Berlin. Sportliche Aktivitäten in ihrer Jugend galt Lili Palmer als Tischtennistalent. Sie war für die Weltmeisterschaft 1930 in Berlin nominiert, wo sie, unter ihrem Mädchennamen Lili Marie Peyser, im Achtelfinale des Einzels gegen die spätere Weltmeisterin Maria Medniansky verlor. Danach wurde sie vom Deutschen Tischtennisbund DTTB auf Platz 9 der deutschen Rangliste geführt. Mit Heinz Nickelsburg spielte Peyser häufig mixt. Karrierebühnenkarriere Ihre ersten Auftritte erfolgten am Rosetheater in der großen Frankfurter Straße, der heutigen Karl-Marx-Allee, nahe Koppenstraße. Im Jahr 1932 begann sie am hessischen Landestheater Darmstadt. Knapp ein Jahr später verlor sie nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 aufgrund ihrer jüdischen Herkunft ihre Stelle und musste im gleichen Jahr emigrieren. Palmer ging nach Paris und trat mit ihrer Schwester Irene unter dem Künstlernamen Les Sœurs Viennois in diversen Nachtlokalen auf, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Filmkarriere international kurze Zeit ging sie nach London, wo sie in dem Film Crime Unlimited die weibliche Hauptrolle übernahm und so ihren ersten Vertrag mit einer englischen Produktionsfirma erhielt. Im Jahr 1936 spielte sie eine Nebenrolle in dem Film Geheimagent von Alfred Hitchcock. Mit einem Hollywood-Vertrag in der Tasche ging Palmer im November 1945 in die Vereinigten Staaten und spielte dort unter anderem neben Gary Cooper in Fritz Langs im Geheimdienst und mit John Garfield in Jagd nach Millionen von Robert Rossen. Der Skandal um die Affäre ihres Ehemanns Rex Harrison mit der Schauspielerin Carol Landis, die Selbstmord beging, beendete zunächst die Hollywood-Karriere des Ehepaars Harrison, Palmer. Allerdings traten beide erfolgreich am Broadway auf, unter anderem auch gemeinsam in der Komödie Belle, Book and Candle von John Van Druten. 1954 kehrte Lili Palmer nach Deutschland zurück und wurde zu einem Star des Nachkriegskinos. Sie spielte unter anderem an der Seite von Kurt Jürgens und Romy Schneider. Auch in Frankreich, Großbritannien und in den Vereinigten Staaten filmte sie mit namhaften Schauspielern wie Clark Gable, James Mason, Jean Gabet und Charles Boyer. Für ihre Arbeit als Schauspielerin wurde sie mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter mit dem Goldenen Löwen von Venedig und dem Filmband in Gold. In Deutschland wirkte sie auch in Fernsehfilmen und Fernsehserien mit, so in Der Kommissar und in Derrick. In zehn Folgen der Familienserie Eine Frau bleibt eine Frau trat sie im Lauf der 70er Jahre an der Seite von Klaus Schwarzkopf auf. Unter dem Namen ihres verstorbenen Großvaters schrieb sie auch einige Geschichten zu dieser Serie. Ihre letzte Rolle spielte sie in dem US-amerikanischen Fernsehmehr Tyler Peter der Große, wofür sie bei den Golden Globe Awards 1987 als beste Nebendarstellerin in einer Fernsehserie nominiert wurde. Buchautorin 1974 erschienen ihre Memoiren Dicke Lilly, Gutes Kind, die zu einem internationalen Bestseller wurden. Das Buch Der rote Rabe aus dem Jahr 1979 stellt eine Erweiterung dieser Autobiografie dar und schildert eine Dreiecksbeziehung zwischen Palmer, ihrem Lebensgefährten und ihrer besten Freundin. Weitere Bücher sind Umarmen hat seine Zeit, Nachtmusik, Eine Frau bleibt eine Frau und wenn der Nachtvogel schreit. Neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit war Lilly Palmer auch eine erfolgreiche Malerin. Privatleben 1943 heiratete sie den britischen Theaterschauspieler und späteren Filmstar Rex Harrison. 1944 kam der gemeinsame Sohn Carrie Harrison zur Welt, der heute an der Brooklyn University lehrt sowie als Novellist und Dramatiker arbeitet. 1956 ließen sich Palmer und Harrison scheiden. Am 21. September 1957 heiratete Lilly Palmer den argentinischen Schriftsteller und Schauspieler Carlos Thompson. 1960 zog sie nach Goldingen in der Schweiz und lebte bis kurz vor ihrem Tod 1986 in der Villa La Loma hoch über dem Dorf. 1979 erhielt Palmer das Schweizer Bürgerrecht. Lilly Palmer starb im Alter von 71 Jahren in Los Angeles an Krebs und wurde auf dem Forest Lawn Memorial Park in Glendale, Kalifornien beigesetzt. Ehren des Gedenken Seit 1988 wurden junge Nachwuchsschauspielerinnen wie zum Beispiel Barbara Auer, Christiane Paul, Anneke Kim-Sahnau oder Jasmin Schwiers im Rahmen der Verleihung der goldenen Kamera der Fernsehzeitschrift Hör zu mit der Lilly Palmer Gedächtniskamera für herausragende schauspielerische Leistungen ausgezeichnet. 2003 wurde zusätzlich die Kurt-Jürgens Gedächtniskamera für den besten männlichen Nachwuchsschauspieler verliehen. 2004 wurden die beiden Auszeichnungen zur Lilly Palmer und Kurt-Jürgens Gedächtniskamera zusammengelegt. Dieser Preis ist derzeit mit 20.000 Euro dotiert. Berlin brachte in der Hölderlinstraße 11 in Berlin-Westend, an dem Haus, in dem sie ihre Jugend verbrachte, eine Gedenktafel an. 1997 wurde in Berlin Haselhorst die »Lillipalmer Promenade« am Krienike-Park benannt. Im Jahr 2000 gab die Deutsche Post eine Lillipalmer-Briefmarke heraus. In München existiert seit einigen Jahren am Arnulfpark eine Lillipalmer-Straße. Auszeichnungen 1953, Copper Volpi für »Das Himmelbett« 1956, Filmband in Silber für »Teufel in Seide« 1957, Filmband in Silber für »Anastasia«, »Die letzte Zarentochter« 1960, Golden Globe-Nominierung für »Butt Not for Me« 1960, »Ein Stern« für Lilly Palmer auf dem Hollywood Walk of Fame 1965, Festival International des Cine de Donostia San Sebastian, »Preis für Geheimaktion Crospo« 1974, »Goldene Kamera für eine Frau bleibt eine Frau« 1974, »Großes Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland« 1978, Filmband in Gold für langjähriges und hervorragendes Wirken im deutschen Film 1987, »Golden Globe-Nominierung«, »Beste weibliche Nebenrolle in einer Miniserie« für Peter der Große.